Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu unserer neuen Folge der Leni und Turni, Show Nummer 235. Heute anlässlich unseres Deutschlandjahres zu unserer ersten Wandertour des Jahres und zwar auf dem Traumpfad Elzerburg Panorama. Ja, so heißt das. Ja, ich wusste gerade nicht mehr, ob Berg oder Burg. Elzerburg Panorama. Toni hat wie immer die Wetter-App nämlich gut im Auge gehabt und dann haben wir beschlossen, dieses fantastische Wetter auszunutzen und nur eine Stunde von uns entfernt, endlich mal wieder wandern zu gehen. Richtig. Burg Elz ist vielleicht jedem oder einigen von euch bekannt. Das gucken wir uns jetzt mal an. Also das soll ja schon schön sein. Genau. Ich habe viele wissen, dass wir... Ja, Clara, wir gehen gleich los. Viele wissen ja, dass ich aus diesem Anlass immer gerne bei Riedli rumstöber und das habe ich auch jetzt wieder gemacht, als Toni gesagt hat, das ist schönes Wetter, wollen wir mal wieder wandern gehen. Und bin dann auf diesen Traumpfad hier gekommen. Also die Burg Elz ist von uns nur eine gute Stunde Fahrzeit entfernt. Deshalb sind wir mit dem Pkw hierher gefahren und ich habe bei Riedli wunderbarste Infos gefunden über diesen Traumpfad hier, über die Burg Elz, über die Aussicht, die man haben kann. Also das war schon wieder mal sehr, sehr hilfreich für uns. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie es dann in live ist, ohne es zu lesen. Genau. Und wer Riedli noch nicht kennt, Riedli ist eine App fürs Handy, fürs Tablet, zur Not auch für den PC, aber da ist es nicht so interessant, weil da habt ihr sie nämlich immer dabei am Handy. Eine App, mit der ihr Zeitschriften lesen könnt. Ungefähr mehr als 6500 Zeitschriften sind da hinterlegt. Ihr könnt da stöbern, ihr könnt da Suchbegriffe eingeben, ihr könnt euch da Zeitschriften merken, ihr könnt euch da wieder weiterlesen, wo ihr aufgehört habt mit Lesen. Ihr könnt da Lesezeichen setzen, dass ihr was nicht vergesst oder irgendwann mal später wiederfindet, dass es ihr nochmal nachschlagen könnt. In älteren Zeitschriften rumstöbern, Zeitschriften aller Couleur, allen Themenbereichen. Leni liest ja immer gerne die Wanderzeitschriften, ja, ich, Wohnmobilzeitschriften, also völlig egal, was, wie, wo, warum. Und wenn ihr das noch nicht kennt und mal ausprobieren möchtet, dann könnt ihr für 99 Cent einen Monat Riedli buchen und jederzeit kündbar. Und wenn ihr das machen möchtet, einfach unten in der Infobox ist ein Link, da draufklicken und dann habt ihr die richtige Seite und dann könnt ihr euch da durchklicken und Riedli ausprobieren, wenn ihr es noch nicht kennt. Wieder voll im Riedli rauscht, du, das ist so lustig. Immer wenn wir darüber berichten, hörst du nicht auf, davon zu erzählen. Aber gut, so, ich habe also auch wieder einfach gestöbert, weil wir dachten, Burg Elz hatten wir schon immer mal hin und wandern und habe Burg Elz in die Suchleiste eingegeben und habe dann alle Zeitschriften angezeigt bekommen, beziehungsweise alle Artikel, die hinterlegt sind, über oder mit Artikeln von Burg Elz. Ja, also, so. Dann habe ich mir Lesezeichen gesetzt und konnte dann gleich wieder durchstübern, wo wir hin müssen. Wir stehen jetzt in Wirschem am Dorfgemeinschaftshaus. Hier ist ein großer Parkplatz und hier ist also gleich der Einstieg in den Traumpfad und dann werden wir mal loslaufen. Genau. Der Parkplatz kostet jetzt hier drei Euro pro Tag für den Pkw und fürs Wohnmobil acht Euro. Nur das ist schon mal zur Info. Genau. So, jetzt entweder zieht ihr euch eure Wanderschuhe an, kommt mit oder ihr setzt euch auf die Couch und lasst uns loslaufen. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt mal. Also ihr liebe Freunde, wir haben eben vergessen, dass dieser Burgpanoramaweg hier auch zu einem der schönsten Wanderwege Deutschlands gehört und ausgezeichnet wurde. Und bis jetzt kann ich sagen, zu Recht. Und wir haben die Burg noch gar nicht gesehen. Richtig. Hier wird jetzt da durch den Wald schon ein bisschen steinig, sag ich mal so. Also der Weg ist nicht mehr so doll ausgebaut. Brauchst schon Wanderschuhe, ein bisschen trittsicher sein und mit dem Rollator oder Kinderwagen kannst du hier nichts mehr anfangen. So. Auf gar keinen Fall. Ist ja auch eine Wanderung und kein Spaziergang. Ja, stimmt. Wir machen richtig Sport heute. Und wenn wir genau hinhören, hören wir da schon den Elsbachrauschen. Wir können ihn erfreulicherweise sogar sehen, weil die Blätter keine, nee, weil die Bäume keine Blätter haben. So. Da gehen wir jetzt wahrscheinlich ja gleich ganz nah dran. Haben wir jetzt alles gehört oder hat Leni dazwischen gequasselt. Wie immer. Also dreieinhalb Kilometer haben wir schon geschafft. Wir haben jetzt den Elsbachrauschen. überquert. Jetzt geht es offensichtlich stark bergauf. Wir müssen da links hoch. Ja, wir sind ja auch stark bergabgelaufen. Genau. Die ganze Zeit da diesen steinigen Weg runtergelaufen, wo ich mir schon dachte, es geht auch bestimmt irgendwann wieder hoch. Und so ist es natürlich auch. Und jetzt ist es soweit. So ist das. Also wir sind gespannt, was jetzt da kommt. Also ich finde es bis jetzt super schön. Und es ist ein Rundwanderweg. Ihr kommt also, wenn ihr das auch lauft, auf jeden Fall an dem Auto wieder raus, wenn ihr das da auf dem Parkplatz abgestellt habt. Und das sind jetzt noch 8,8 Kilometer. Also insgesamt sind es, glaube ich, 12,6. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, wir müssen rum rumlaufen, weil das alles wieder zurück. Habe ja schon jetzt keine Lust mehr drauf. Das ist auch doof. Gell? Ja. Rundwanderweg ist Rundwanderweg. Rund ist rund, ne? Also weiter. Ja. Wir sind hier am Petersköpfchen, was auch immer das ist. Aber hier ist so ein kleiner Vorsprung, kann man runtergucken. Jo, jetzt im Winter ganz nett, weil kein Laub an den Bäumen ist. Aber ansonsten, glaube ich, sieht man hier nicht so viel. Aber wir sind hier einfach mal drauf gekommen, dass man hier mal gucken kann, ob es hier auch ein Cache gibt. Also Geocaching. Für alle, die das nicht kennen, eine Schnitzeljagd auf modern. Und die, die kennen, die wissen, wovon wir jetzt gerade reden. Und wir haben gedacht, ja, hier ist so ein alter Baumstumpf. Ob da einer verborgen ist? Ne, ist er nicht. Aber ich habe die App mal aufgemacht. Auf jeden Fall gibt es hier auf diesem Rundweg einen Multicache. Also mit mehreren Stationen. Und wir haben es jetzt verpasst, den anzufangen sozusagen. Also wir werden das jetzt nicht machen. Aber ich glaube, wir könnten mal irgendwo mal wieder einen suchen gehen, oder? Auf jeden Fall. Klara hat schon auch angefangen. Guck. Klara sucht auch schon. Die sucht schon die Äste durch. Ja. Ja. Also für alle Geocacher guckt rechtzeitig in die App. Hier gibt es ein Multicache. Ja. Ja. Musik Das ist sie, natürlich, wenn wir irgendwo sind, ein Gerüst, aber ja, ist halt so. Ja, naja, jetzt ist aber ja auch Wintersaison und das wissen wir ja selber aus eigener Erfahrung, da muss alles für die neue Saison vorbereitet werden. Genau, die Burg Elz hat so ziemlich alle Kriege schadlos überstanden und ist seit mehr als 800 Jahren in dem Besitz der Familie Elz. Ja, ab 1. April hat die Burg wieder geöffnet, dann kann man die auch von innen angucken. Wir haben uns jetzt aber bewusst dafür entschieden, dass wir hier jetzt nur diesen Weg wandern und es in Kauf nehmen, dass die Burg geschlossen ist. Weil letztes Jahr, das kann allerdings auch noch an der Pandemie gelegen haben, haben die hier Kilometer weit im Sommer gestanden, um in die Burg zu kommen. Und da hatten wir so nicht so Lust drauf. Und von daher haben wir gesagt, wir wollen einfach nur hier rumwandern und die Burg mal von außen sehen. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr das auch von innen machen. Ab 1. April wieder. Genau, und der Weg ist ja wirklich schön und meistens ist ja der Weg das Ziel. Wenn ihr nicht diesen ganzen Rundwanderweg laufen möchtet, es gibt noch einen Kilometer entfernt von hier einen Parkplatz. Ich weiß allerdings jetzt gerade nicht, ob man da mit Wohnmobil stehen kann, aber das lässt sich herausfinden. Und da muss man nur einen Kilometer hierher laufen. Ja, zur Not muss man halt vielleicht mit dem Fahrrad dann hierher fahren oder so. Auch eine Idee. Auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ja, natürlich. Also vor allen Dingen hier ist ringsrum nichts. Mitten im Wald auf einem Felsen diese traumhaft schöne Burg. Also ist schon schön, gell? Ein Felsen im Tal. Also wenn ihr vor dem Burgtor steht, geht eine Treppe unseren Traumpfad entlang weiter. Auf der anderen Seite der Burg wieder runter. Und von hier hat man nochmal einen ganz besonders tollen Blick. Ich glaube, den kennen gar nicht viele, weil alle nur von der anderen Seite die Panoramaseite fotografieren. Aber von hier mit der Brücke drauf sieht es auch super schön aus. Also selbst wenn ihr mit dem Auto da auf dem Parkplatz seid und wir haben gesehen, es gibt sogar einen Shuttlebus, der hierher fährt von dem Parkplatz aus, dann solltet ihr euch die Mühe machen und hier runterlaufen und von hier nochmal gucken. Naja, klar. Also auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und innen drin scheint es im Sommer Bewirtung zu geben, weil da sind Sonnenschirme und so aufgestellt. Also da kriegt man dann auch Speis und Trank. Wir gehen jetzt hier unseren Traumpfad weiter und haben eben gelesen, dass hier die Rinkelsteiner Mülle, also eine Mülle kommen soll, wo man wohl gut einkehren kann. Nur ob wir jetzt aufhören, das ist die große Frage. Daumen drücken. Das werden wir sehen. Also heute ist ja der perfekte Tag eigentlich, um hier rum zu wandern. Es sind kaum Leute unterwegs. Ich glaube, wir haben erst fünf Menschen insgesamt gesehen und einen Hund. Der Himmel strahlt blau, die Sonne scheint. Es ist ruhig, man schwitzt nicht, man friert nicht. Es ist herrlich. Aber ich glaube, im Sommer ist es auch total wunderschön, weil man hier überall nämlich in den Elsbach springen kann, um sich abzukühlen. Wenn dann da noch Wasser drin ist, das wissen wir jetzt nicht. Stimmt. Also könnte sein, dass kein Wasser drin ist heutzutage. Aber wenn, dann kann man. Es gibt viele Stellen, wo man wirklich reingehen kann, wo die Hunde sich erfrischen können und man selber auch hinterher springt. Wenn man denn will. Hier zum Beispiel ist wieder so eine fantastische Stelle, wo man einfach ins Wasser gehen kann. Wir sind jetzt hier einmal felsabgelaufen, über Stock und Stein und ein paar Treppen, immer schön oberhalb von dem Bach entlang. Und dann kommt man hier runter, 400 Meter von der Ringelsteiner Mühle entfernt und zack, könnte man hier ins Wasser gehen. Wenn es jetzt nicht nur ein Grad wäre. Ja. Aber der Weg sehr gut ausgeschildert. Also man findet immer den richtigen Pfad. So, also hier gibt es einen gebührenpflichtigen Parkplatz für Wohnmobile. Nur bis 22 Uhr. Heißt nicht übernachten, aber man kann hier parken. Ja. Und dann von hier aus, also wenn ihr den Weg nicht komplett laufen wollt, in etwa 40 Minuten, aber immer bergauf, zur Burg Els laufen und dann halt wieder zurück. Das ist jetzt hier die Ringelsteiner Mühle. Das könntet ihr vielleicht im Navi eingeben. Und ja, Parkflächen im Sommer, naja. Hier gibt es auch ein Hotel. Hier gibt es auch ein Hotel und Café-Restaurant. So. Aber Freunde, es ist genau so, der Weg ist genau so, wie er in dem Artikel beschrieben ist, den Leni bei Ridley gefunden hat. Also, er hat zwischendurch immer nochmal gelesen und so weiter und es ist super beschrieben. Und jetzt auch nach dieser Ringelsteiner Mühle geht es einen kurzen, aber steilen, aber schönen Anstieg nach oben. Und ja, der ist, ja. Steil. Ja, für Leute, die nichts gewohnt sind wie wir, ist das schon eine kleine Herausforderung. Ja, und jetzt schreibt ihr bitte mal in die Kommentare, ob ihr eher zu denen gehört, die nichts gewohnt sind wie wir oder ob ihr dreimal in der Woche im Fitnessstudio seid, Fahrradfahrt und Joggen geht. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, zu gewinnen gibt es zwar nichts, aber schreibt trotzdem. Aber die Erkenntnis ist unser aller. Ich glaube, es gehören mehr zu unserer Gruppe. Aber es ist schön, also es ist wirklich schön hier oben. Total. Ist halt so. Clara findet es am tollsten. Es ist eine kleine Bergziege nämlich. Jetzt gehen wir mal weiter und gucken mal, wie weit es noch hoch geht und wie es dann da oben aussieht. Dann können wir vor allem runter gucken. Meistens so, ne? Aber wie es immer so ist, wenn du oben bist, kannst du runter gucken. Wir sind oben angekommen. Und wenn ihr diese komplette Runde gehen wollt, dann lauft bitte in die Richtungen, die wir gelaufen sind und nicht andersrum. Weil das runter zu laufen, würde ich nicht wollen. Nicht bei schlechtem Wetter, nicht bei gutem Wetter und nicht bei Hitze. Also, das ist rutschig und nur so grölt teilweise. So Schotter, wie heißt das? Also, von Wirschem, Parkplatz aus, die kurze Strecke Richtung Burg Ilz. So, und dann stimmt das so. Naja, so wie wir halt gelaufen sind. Ja. So linksrum. Keine Ahnung. Je nachdem, in welche Richtung das Auto guckt. Also, wir gehen jetzt weiter. Und wenn ihr unterwegs seid, solltet ihr euch vielleicht doch in der Ringlisch oder in der Müll ein Stück Kuchen gönnen. Wir haben uns gedacht, nee, sind noch fünf Kilometer, wir laufen mal, weil es wird auch irgendwann dunkel. Und ja, also entweder habt ihr was dabei. Und wenn ihr so Wanderer seid wie wir, die irgendwie nie was dabei haben, wenn es angebracht wäre, weil sie morgens schnell los wollen, dann haltet vielleicht nochmal an, bevor ihr hier den Aufstieg geht. Ja. So, jetzt Richtung Mosel-Plateau, weiter. Ja. Nach dem Tal kommt die Mosel hoch, das Mosel-Hoch-Plateau, oder? Ja. So heißt das. So heißt das. Und da kannst du wirklich ringsrum gucken, bis Köln, bis Basel, bis andere Seite, Berlin, ja, alles möglich hier. Ist es jetzt schon, weil wir jetzt so hoch sind, ist es wenig Sauerstoff oder ist es insgesamt jetzt was nicht richtig gelaufen? Hoffnungslose Unterzuckerung. Ja, und vielleicht fehlt auch ein Radler. Ja, so, so, so in der Art. So, ja, ich dachte es mir. Also, natürlich Quatsch, aber wirklich ringsrum ein Weitblick, vor allem jetzt bei heutigem Wetter, traumhaft. Ja, der Aufstieg hat sich auf jeden Fall gelohnt. Liebe Freunde, wir haben es fast geschafft. Das ist Wirscherm und da links können wir schon unser kleines, kleines, weit entferntes Autochin sehen. Ist ja gar nicht so klein, aber das ist halt noch weit weg. Das ist es. Also, wir haben jetzt knapp über zwölf Kilometer gelaufen und waren jetzt schon über vier Stunden unterwegs. Wobei, davon haben wir natürlich die meiste Zeit geschwätzt und die Kamera in die Luft gehalten. Ja, ist so. Ja. Ja, auf jeden Fall eine absolut empfehlenswerte Tour, wenn ihr gut zu Fuß seid. Und, ja, Hund muss an die lange Leine und ihr braucht feste Wanderschuhe und bitte nicht in Flipflops gehen. Nee, das... Weil das ist schon, das ist schon eine anstrengende Wanderung. Also, das hätten wir nicht gedacht. Ich bin froh, dass es jetzt nicht mehr bergauf geht, sondern offensichtlich nur noch bergab. Zwölf Kilometer sind halt zwölf Kilometer. Also, da machst du nix, ja. Ja, aber das bergauf ist... Mit hoch und runter und so ist schon, sind auch ein paar Höhenmeter und so, ja, ist schon, ja. Ist schon, ist schon, ist schon. Auf jeden Fall. Und irgendwann mal die Hochmuselbrücke. Und irgendwann müssen wir auch da noch drüber fahren und mal von unten auf die Brücke gucken. Ja. Wirklich schön und ab 1. April könnt ihr da eben auch wieder rein, wenn ihr es von innen besichtigen möchtet. Ja. Ja. Wir marschieren jetzt zurück zu unserem Auto. Wenn ihr euch bei Riedli anmelden möchtet, einfach unten auf den Link klicken. Wir hatten es heute Mittag vor 5 Stunden schon gesagt. 99 Cent pro Monat. Ist ja auch ein schöner Preis. 99 Cent pro Monat, jederzeit kündbar. Und dann könnt ihr einfach Burgels eingeben und gucken, was ich alles gelesen habe. Oder ihr gebt Mussel ein und guckt, wo wir demnächst noch dieses Jahr zu finden sind. So machen wir das. Jetzt gehen wir erst mal zum Auto. Wir gehen erst mal zum Auto und dann melden wir uns vielleicht nochmal. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Und herzlich willkommen heute Morgen von unserem Lieblingsplatz an der Elbe. Ja, bei schönstem Wetter haben wir hier ein Plätzchen gefunden. Was ja nicht unbedingt, wie soll ich sagen, normal ist, dass man so einfach auf so einem tollen Platz mit so einer tollen Aussicht gleich mal einen Platz findet. Und, dass der Wettergott diese Woche es wirklich so gut mit uns meint und nicht wie letzte Woche. Wir sind schon wieder hier. Aber bevor wir das hier weiter ausführen, wollten wir euch noch sagen, dass wir, nachdem wir in Wirscherm losgefahren sind von Burgels, nochmal die Parkplätze abgefahren haben. Wie man da so direkt an die Burg kommt oder näher an die Burg, ohne dass man diese ganze Wanderung machen muss. Und es gibt einen Wohnmobilstellplatz, der kostet vier Euro, glaube ich, inklusive, also wenn man übernachtet. Da muss man einfach zwei Parktickets ziehen. Und ich setze euch das unten in die Infobox mit Adresse und allem, damit ihr wisst, wo ihr hin müsst. Ja, genau. Wir waren dann nämlich so geschafft, dass wir die Kamera nicht mehr angemacht haben. Wir haben gesagt, komm, wir fahren nochmal und zeigen das nochmal, aber wir wandern auch durch. Irgendwie haben wir es vergessen, das nochmal so richtig zu sagen. Vergessen weiß ich nicht. Ich glaube, wir hatten einfach keine Kraft mehr. Das kann natürlich auch sein. Und jetzt sind wir wieder völlig kraftvoll unterwegs an der Elbe. Immer noch strahlender Sonnenschein, aber auf dem Weg nach Kappeln. Also nur hier auf der Durchreise und schon wieder nach Kappeln unterwegs. An die wunderschöne Schlei. Ja. Ja. Wir gehen jetzt hier erst eine Runde laufen. Dann machen wir noch ein paar schöne Schwenks, weil das hier nämlich einer unserer Lieblingsplätze ist, obwohl es tatsächlich nur ein Parkplatz ist. Und es gibt hier nichts außer die Elbe. Aber wir möchten es euch trotzdem zeigen, weil Deutschland ja Lieblingsplatz wichtig. Wichtig. Na dann? Ja. Also, ihr könnt jetzt hinter uns den Stellplatz sehen. Wie gesagt, es ist einfach nur ein Parkplatz, aber die Haussicht hier an die Elbe, die ist so wunderschön. Und als wir hier gestern angekommen sind, ist gleich mal eine schöne Aida an uns vorbeigetuckert. Also das war schon wieder ein Highlight. Hat sich gelohnt. Das sind zwölf Stellplätze, kosten 10 Euro für 24 Stunden. Und da hinten dran in dem Backsteingebäude, ich hoffe, ihr könnt es sehen, weil wegen Licht ist ein Restaurant und da ist es zu bezahlen. Ansonsten gibt es hier nichts. Kein Strom, keine Versorgung, keine Entsorgung, kein Frischwasser, kein Grauwasser, gar nichts. Aber die Elbe. Ver- und Entsorgung ist aber zwei Kilometer weg hier. Das ist eine Entsorgung, da kann man extra für den Stellplatz hier. Ja, da kann man auf der Herfahrt da hinfahren. Ja, so, also es ist diese abenteuerliche Straße hier lang und dann ist es schon da. Genau. Ja, also wie gesagt, es gibt hier gar nichts. Wenn ihr hierher kommt, könnt ihr da noch Entsorgung fahren oder ihr kommt sowieso schon voll beladen hier an. Es ist immer ein Glücksspiel, dass man hier einen Platz kriegt, aber wir finden es einfach so wunderschön hier. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir riskieren es mal. Sonst wären wir nach Stade tatsächlich weitergefahren und hatten es auch schon eingegeben. Aber zack, sind wir hier vorbeigekommen, ganz automatisch. Und dann war dann Platz frei und schon stand Greta drin. Wir gehen jetzt mal eine Runde laufen. Wenn ihr hier ein bisschen lang geht, für Hunde ist es super. Am Deich kommt direkt auch noch ein Strand und das ist herrlich. Wir gehen jetzt mal an. Wir sind jetzt hier mal auf den Deich rauf geklettert und was ihr hinter uns sehen könnt, sind alles Obstplantagen, weil wir uns nämlich hier im Alten Land befinden. Und wir möchten unbedingt im Frühling, also so im richtig dollen Frühling, hierher kommen zur Obstbaumblüte, weil es muss so wunderschön sein. Wenn ihr also schon mal Tipps für uns habt mit Stellplätzen, wo man unbedingt hin muss, um die Obstbäume blühen zu sehen, dann bitte gerne in die Kommentare oder per E-Mail. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, und vielleicht auch die richtige Jahreszeite. Weil ich müsste jetzt ad hoc nicht, wann ein Obstbaum blüht. Also Kirsche, Apfel, irgendwas. Zur Kirschbaumblüte müssen wir auch nach Bonn, aber das ist ein anderes Thema. Okay. Bevor wir jetzt weiter nach Kappeln fahren, hier an dem Stellplatz steht ein wunderbares Schild mit Radrouten, altesland-radeln.de oder umgekehrt, radeln-altesland.de. Ich habe es aber abfotografiert und setze euch das auch unten in die Infobox. Dann könnt ihr, wenn ihr Interesse daran habt, hier mal anzuhalten und die Räder vielleicht dabei habt, weil das bietet sich ja jetzt an, indemnächst im Frühling geht das wieder los. Dann könnt ihr da gucken und dann habt ihr vielleicht schon eine schöne Fahrradtour für euch. Da waren auch alle Längen dabei und so und Sehenswürdigkeiten. Also auf der Seite gibt es auch noch was Schönes zu finden. Und hier halt immer flach, aber Wind. Wind, aber hallo. So, jetzt auf auf, nach Kappeln. Ja, genau. Also ihr lieben Schätze, nach einem für uns sehr aufregenden Wochenende mit halt an der Elbe, tatsächlich in Kappeln und in Schleswig sind wir jetzt hier in Rendsburg gelandet am Nord-Ostsee-Kanal. Und wir hatten jedes Wetter, was man sich vorstellen kann, aber größtenteils tatsächlich und jetzt immer noch wahnsinns wunderschönen Sonnenschein. Ja, da sind wir auch sehr froh drum, weil dann ist alles viel, viel einfacher und schöner. Ja, und so können wir uns zumindest für die nächsten Wochen vom Norden sehr gut verabschieden und freuen uns schon, wenn wir wieder hier sein werden. Wird nicht lange dauern, aber ja. Ja, so ist das halt, wenn man immer was zu tun hat. Was uns noch eingefallen ist, das wollten wir euch unbedingt noch sagen. Der Landarzt, haben wir letzte Woche festgestellt, für alle Schleiliebhaber und Landarztgucker und alte Serien-Junkies, alt im Sinne von alte Serien und nicht alte Junkies. Ne? Gut. Ja, das eine geht vielleicht mit dem anderen einher. Man weiß es nicht. Also, für Serien-Liebhaber, die besonders alt sind, ist auch nicht besser. Naja, es ist egal. Auf jeden Fall ist der Landarzt beim ZDF in der Mediathek verfügbar. Das ist nämlich das, was wir eigentlich jetzt erzählen wollten, was uns super gefreut hat diese Woche. Genau. Und eine Serie mit Manfred Krug, die in Maasholm gedreht wurde, gibt es wohl bei YouTube. Genau. Ich suche nochmal, wir haben sie selber noch nicht geguckt, aber wir haben den Tipp in den Kommentaren letzte Woche bekommen. Und das war super, weil nämlich diese Serie größtenteils in Maasholm eben gedreht wurde. Und wenn man sich da jetzt auf den Stellplatz stellt, ist es, man kann es dann gucken und ist genau dort vor Ort. Also, das ist schon irgendwie auch irre, finde ich. Ja. Ja. Lief in den 80er Jahren im NDR. Deshalb war es wohl nicht überall zu sehen, weil das nicht überregional ausgestrahlt wurde. Damals noch nicht. Kann man sich heute auch gar nicht vorstellen. Ja, geht heute gar nicht mehr. Ja. Also, ich gucke bei YouTube und verlinke euch das auch unten in der Infobox, falls ihr mal in Maasholm seid und Interesse an alten Serien habt. Dann könnt ihr da echt zuschlagen. Noch zu sagen wäre, dass wir haben ja vor drei Jahren hier schon mal gestanden und einen Stellplatzbericht gemacht vom Rendsburger Stellplatz hier am Hafen. Und damals war die Schwebefähre noch kaputt. Da gab es ja mal eine Kollision mit einem Schiff und da fuhr die nicht, die Schwebefähre, hier über den Kanal. Jetzt fährt sie wieder. Jetzt kann man auch rüber oder von drüben, da gibt es ja auch noch einen Stellplatz, hier rüber. Einfacher wie durch den Tunnel. So ist das. Das wollte ich nur mal sagen. Ja, und dann kann man auch noch Schiffe gucken. Ja. Genau. Das machen wir noch. Wir machen jetzt erstmal Schluss für heute mit unserem ganzen nordischen Durcheinander. Der Stellplatzbericht aus Schleswig kommt dann irgendwann noch die Tage. Ja, und also wir mussten es unbedingt ausprobieren. Da wir sowieso jetzt nochmal nach Kappeln mussten, weil wir noch einiges hier zu erledigen hatten, haben wir gesagt, wir fahren mit Greta und stellen uns unbedingt in Schleswig auf den Stellplatz. Weil das mussten wir unbedingt mal so erste Reihe an der Schlei, das mussten wir mal haben. Was ganz wichtig ist, ich sage es euch jetzt schon mal, ihr müsst früh auf Steher sein, weil um 8 Uhr kommt im Moment, also um 20 nach 8 Uhr kommt im Moment der Hafenmeister und klopft euch raus, um in Bar die Stellplatzgebühr in Empfang zu nehmen. Das ändert sich aber im Sommer wieder. Also das war lustig, wenn man Langschläfer ist. So wie wir. Genau. Okay, ja, nicht schlimm, war halt so. War aber lustig. Ja, klar. Ich fand es total lustig. Also liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich denke, wir sehen uns im Laufe dieser Woche nochmal in Schleswig und dann nächste Woche. Ich bin gespannt, was dann passiert. Wir wissen es noch überhaupt nicht. Wir wissen es auch noch nicht, aber bis dahin, ärgert euch nicht über Dinge, die ihr nicht ändern könnt und bleibt fröhlich. Und der Frühling kommt bald, Freunde, er ist schon im Anflug. Tschüss. 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 Tschüss.